Es gibt eine Verraschung, die liebe Musiker Frau Alexander Kulébisch vorbereitet hat. Also wir reden schon manchmal hier, das ist unsere zweite Heimat und wir reden auch die deutsche Musik mit in diesem Land. Und da haben wir jetzt mit Alexander Kulébisch in den ganzen Nachts gesucht, geprobt und sind dann bestimmt worden, immer noch reden. Und du kannst gleich deinen Kollegen hier und in diesem Zusammenhang präsentieren, dass wir heute machen können. Also es ist keine Erpressung, wenn es für dich zu schwer ist, dann kannst du sagen Nein und nicht zu reden. Untertitelung des ZDF, 2020 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 Untertitelung des ZDF, 2020